Ihr habt uns mal wieder einige Fragen in den Kommentaren gestellt und heute nehmen wir uns Zeit, diese mal wieder zu beantworten. Herzlich willkommen bei Architekt von morgen. Ich bin Jan und ich bin Robert und wir wünschen dir ganz viel Spaß in diesem Video. Kommen wir auch schon zur allerersten Frage. Und diese Frage wurde uns unter einem Video gestellt, wo es darum ging, wie viel ein Architekt verdient. Ja, und VST hat die Frage gestellt, leider fehlen mir konkrete Zahlen. Im Internet kann man alles lesen, von 18 Euro pro Stunde als Masterabsolvent bis 23 hin zu 26 Euro pro Stunde. Was ist denn nun realistisch? Also erstmal müssen wir dazu sagen, dass alles davon realistisch ist. Also es gibt sowohl Studenten, die für 12 Euro die Stunde arbeiten, aber es gibt auch Studenten, die vielleicht für 20 Euro die Stunde arbeiten. Und das sagen wir jetzt nicht einfach so abstrakt oder absolut gemeint, sondern aus eigener Erfahrung. Also wir kennen Bekannte von uns, die sowohl für 12 Euro die Stunde im Angestelltenverhältnis sind, aber es gibt auch Studenten, die wir kennen, die schon für 23 Euro die Stunde arbeiten. Und das selbst noch im Studium. Ja, bei einem anderen Fall, da ist ein Bekannter von uns sogar tatsächlich sogar noch, bevor er den Master dann wirklich abgeschlossen hatte, Partner im Büro geworden. Ja, und diese Person wird mit Sicherheit mehr verdienen als der normale Durchschnitt. Du solltest dir also nicht die Frage stellen, was ist allgemein realistisch, sondern du solltest dir die Frage stellen, wie kann ich meinen Wert für das Unternehmen erhöhen und verbessern. So hast du eine ganz andere Grundlage, über dein Gehalt zu verhandeln. Wenn du also Fähigkeiten in dieses Büro reinbringst, die sonst kein anderer hat, dann wird es dir viel leichter fallen, auch ein höheres Gehalt auszuhandeln, als wenn du einfach irgendwo in der Masse rumschwimmst. Die zweite Frage, die uns gestellt wurde, hat uns ein SAPS gestellt und er hat uns gefragt, ob wir bitte ein Video machen können über bestimmte Unis, die zu empfehlen sind. Oder ob es überhaupt einen großen Unterschied macht. Das wäre super. Also hier ist dein Video. Ja, vielen Dank erstmal für die Frage. Das ist natürlich aus unserer Perspektive aus ziemlich schwierig. Also wir studieren erstmal in Münster an der MSL, sind da auch super zufrieden. Allerdings kennen wir auch nur diese Hochschule. Und wir können auch dazu sagen, dass selbst an dieser Hochschule der eine Student und der andere Student, diese Wege, die können sich total unterscheiden. Also das eine Studium muss noch lange nicht genauso gewesen sein, wie das andere. Denn du kannst ja auch einen anderen Professor wählen und ähnliches. Es ist halt anders als in einer Schule, wo du einfach so einen Stundenplan vorgesetzt bekommst und dann hast du halt irgendeinen Klassenlehrer. Hier hast du häufig die Möglichkeit im Architekturstudium, deine Kurse frei zu wählen. Nicht jeden Kurs kannst du frei wählen. Manche sind auch einfach Pflicht, wie Statik oder Bauphysik zum Beispiel. Was auf jeden Fall wichtig zu sagen ist, dass erstmal der Abschluss an jeder Hochschule gleich ist. Also am Ende ist es immer das Ziel, den Architektentitel zu bekommen. Und diesen Abschluss, obwohl du jetzt an der Uni studierst, an einer Fachhochschule, ob du in Aachen, Münster, Berlin oder sonst wo bist, überall gehst du am Ende mit dem Architektentitel raus. Also nicht ganz, du hast den Titel nicht direkt nach dem Studium. Darüber haben wir auch schon mal ein anderes Video gemacht. Aber du gehst immer mit dem Architektentitel raus. Von daher macht das schon mal keinen Unterschied. Dazu kommt, dass jede Universität oder Hochschule eben auch die Schwerpunkte anders setzen kann. Also es gibt zum Beispiel Universitäten, wo es eher künstlerisch ist. Dann gibt es andere Universitäten, wo es dann eher technisch angehaucht ist. Ja, und da hilft vor allem, wenn du einfach mal da hinfährst und mit den Studenten sprichst. Also du musst natürlich die richtigen Fragen stellen. Wenn du jetzt einfach nur fragst, ist die Schule cool oder nicht, dann ist das natürlich sehr subjektiv, was du zurückbekommst. Aber nichtsdestotrotz kannst du so am besten dir ein Bild davon machen, wo du selbst überhaupt studieren möchtest. Außerdem gibt es noch das sogenannte CHE-Ranking. Ich glaube, mit drei Jahresrhythmus, wenn ich mich nicht täusche, werden hier die Hochschulen angeguckt und bewertet nach verschiedenen Kriterien. Hier kann man auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen, sollte man aber auch nicht zu ernst nehmen und nicht zu genau nehmen. Es sollte nicht die letzte Entscheidung sein, wonach du wirklich deine Hochschule auswählst, weil es sein kann, dass du die eine Hochschule vielleicht in Kriterien sehr gut abgeschnitten hast, die dich vielleicht persönlich gar nicht mal so super interessieren. Und trotzdem kannst du gerne mal einen Blick reinwerfen. Ansonsten, wie gesagt, guck einfach dir die Hochschulen an, fahr mal vorbei, weil auch dieser Ort, an dem du dann studierst, an dem du lebst, diesen Geist des Ortes, das muss man auch einfach mal erlebt haben und einfach mal diesen Vibe mitbekommen. So, kommen wir auch schon zur dritten Frage. Und zwar hat uns der Sandro CTL gefragt, habt ihr Leute kennengelernt, deren Schwäche es war zu präsentieren und jetzt können sie es problemlos? Also in der Schule habe ich es nicht gemocht, nicht aufgrund mangelnden Selbstbewusstseins, sondern weil es mich einfach nicht interessiert hat. Ich denke deshalb, dass ich im Studium nicht so ein großes Problem damit haben werde, da es mich eben extrem interessiert und ich diesen Weg gehen will. Man sieht sich in Münster. Ja, vielleicht sehen wir uns ja tatsächlich mal. Ja, also im Grunde gibst du dir eigentlich in dieser Frage die Antwort schon selber. Also es kommt natürlich ganz stark darauf an, wie sehr interessiert dich das Ganze. Und natürlich in der Schule, da war es auch gar nicht mal, ich sag mal, so notwendig und im Studium ist es viel essentieller, weil du eben die ganzen Kurse abschließt mit Präsentationen. Und ja, wenn dich das interessiert, dann kannst du dich damit auch auseinandersetzen. Und Präsentieren ist ein Skill, den kann man lernen wie jeden anderen Skill auch. Natürlich, da gehört auch irgendwas, wo du dich selber überwinden musst vielleicht dazu. Aber ja, wir können ja auch aus eigener Erfahrung sprechen. Ich meine, wenn man uns im ersten Semester gesehen hat, dann sahen die Präsentationen sicherlich noch komplett anders aus als heutzutage. Ja, und auch sowas wie YouTube, das wäre damals noch undenkbar gewesen. Ja, und heute machen wir es einfach. Also wir können dich auch nur animieren oder diejenigen von euch, die etwas Schwierigkeiten haben oder sich gehemmt fühlen. Das ist eine super Gelegenheit, das Architekturstudium, um aus sich herauszukommen. Man wird halt auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Aber dadurch, dass es jedem so geht, ist es nicht schlimm. Also keiner wird dafür ausgelacht, wenn er irgendwie sich verspricht oder so. Viele haben da ja so Horrorszenarien im Kopf, was da alles passieren kann bei so einer Präsi. Aber letztendlich stehst du da, erzählst über dein Konzept und versuchst, das gut zu verkaufen und spannend zu gestalten. Und ja, Schritt für Schritt kann man sich dann immer weiter damit beschäftigen. Du musst nicht alles schon am Anfang können und präsentieren zu lernen. Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schöner und wichtiger Skill, auch für andere Bereiche natürlich. Deswegen können wir nur jedem nahe legen. Es ist eigentlich so wie Sandro zu sehen. Wenn ihr euch dafür interessiert, beschäftigt ihr euch damit und dann wird das schon alles von alleine funktionieren. Ja, auch wenn ihr euch die Zeit nach der Präsentation nehmt, nochmal drüber zu reflektieren, okay, wo hat es jetzt gehadert, wo habe ich mich angreifbar gemacht und wo habe ich vielleicht falsch argumentiert, dann wird die nächste Präsentation wahrscheinlich schon viel besser werden. Mit Sicherheit. Also dann, wir hoffen, eure Fragen wurden beantwortet. Und falls ihr noch mehr Fragen habt, so schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir nehmen uns immer mal wieder die Zeit, um so communitynahe Fragen zu beantworten. Und falls deine Frage dann doch nicht beantwortet wird, dann vielleicht beim anderen Video. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.